Wir fahren wieder online und hier alle die neuen Strecken und die neuen Karten, wo ich bei Marikardt dabei schon dabei bin, die letzten paar von Marikardt uns versprochen haben, sind noch nicht runtergeladen. So ist es, ja. Deswegen fahren wir erstmal ohne. Mit wem fahren wir? Fahren wir mit Bendy Dendy auf dem Bilybike. Mal online. Okay, wir haben schon einige Spieler gefunden. Femm. Look. And. Wolf. Wolf. Blaupi. Siki. Jensen. Shannon. Joki. Spieler gefunden. Junior. Sagen wir den himmel zu. Moment ist vorne Joki! Yay! Es geht noch eine Runde. Egal. Warten wir halt und wir warten. Wir warten und wir warten und wir warten. Wir warten und 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 wir warten. Ist das die letzte Runde gewesen oder müssen wir uns mit Erweiterung um den Runden abgehen? Oh nein, wir sind fertig. Okay, nur noch tot und du ist eben in der Runde. Und du bist dran und ich ist nur immer so auf dem Ziel. Okay, jetzt fangen wir mit an. Warum? Weil viel Spaß macht. Mach auch Spaß, weil wir da Spaß haben. Okay, dann fangen wir an. Okay, dann fangen wir mit Güst. Okay, 10 sogar. Ja, wählt doch. Dauert so lange. Endlich. Cooper Cup? Eine Strecke, die ich mag. Und die werden wir fahren. Hier, Baby Day, den Willi bei. Und wir legen los. Nein. Yes, don't. Verpiss dich, Peach. Peach verpiss dich. Gumba verpiss dich. Wir nerven nur alle. Alle. Ha, ausgeweichen. Ich brauche ein Item. Nein, der ist nach hinten. Obwohl, ich hab den mit der Blitzwolke abgelenkt und der, oder mit von der blauen Atapier. Hierher will ich den Ersten. Aber mit meinem Pech wird es nicht mehr lange bleiben. Jetzt seh ich mal. Jetzt fahren wir hier an. Wir sind schonmal durch die Erste. Munde am ersten Punkt. Donkey Kong, doch freut uns. Und zwar grad nicht selbst vom Weizen, sondern vom Namen. Wir versuchen ihn abzuhängen. So wie eine Prozessin vor uns jagt. Das hat gar nicht gepasst. Ich weiß. Okay, jetzt gehören wir hier lang. Okay, komm geht auch zu weg. Und wie auch immer der Hei. Wie auch immer der Hei ist. Okay. Ja. Ja. Ausgewichen. Yeah. So viel ist ein Thema Powerblock. Oder? Gut ausgewichen. Und der hat mich reingeschubst. Kann ich nichts dafür. Er könnte mich nicht beschuldigen, dass ich so fett war. Es war ganz klar, wie dieser Schalkerb, wo da unten im Tunnel rumhängt. Ich werde dir noch einholen. Gut. Nein. Beeilung. Boah, das braucht so lange. Haha. Wie lange noch fahren konnte, bis es denn verdurch ging? Ey. Guck mal, dieser Scheiß-Josch. Der kann jetzt. Der will nur die Items klauen. Warum ein geiles Item. Rote. Oh, Mann. Boah, krieg hat der hier schon eine rein. Dann geht man auf den Sack. Die zweite werden wir noch höchstens. Das seines kommt noch mal eine blaue. Oder irgendein Wunder. Okay, doch nicht. Es gibt ein zweiter oder wird es bleiben. Ja. Hier wird es wach da, Leute. Hier. Ja. Sehen wir uns die Punkte an. Mann, wie lange Trauben. Könnt ihr das glauben, Mann? Was für ewig lang. Bis die Zeit sind, du ja. Das wär vor, echt so lange. Weitere Strecke. GbR Bowshaft Festung 3. Superstart. Haben wir schon mal einen Sack. Das Einzige mit uns und Devil Winter. Schatten. Ne. Oh, nicht mit uns. Haha. Wie hier blöds ist er? Ich sehe ihn nicht mehr auf der Karte. Vielleicht knapp hinter mir, vielleicht auch weiter hinter. Oh, ich sehe ihn. Der ist der siebte. Jetzt nicht mehr. Der ist der letzte. Ich glaube, er geht hier nicht gut. Und mehr Glück für uns. Weil die haben uns vorher nicht geschlagen, die anderen. Und ich hoffe, jetzt werden sie uns auch nicht geschlagen. Außer der Funky Kong. Der kann ein Problem werden, wenn er... nicht schon... wenn er... hier gerade mal nicht mehr runterfliegt. Okay. Das konnte ich nicht mehr machen. Oh. Funky Kong liegt uns auf den Pferden und... er hat einen Pilz. Was wolltest du nicht da reinschauen, ne? Tschüss. Haha. Hast du dir gedacht? Mhm. Wir sind immer noch Ärzte. Dafür du es mit einer roten. Aber nicht getroffen, weil wir ein Schutzschild hatten. Was heißt hier Schutzschild? Ich meine... ne Banane. Und was? Er hat natürlich überlebt, wahrscheinlich. Ist klar. Nein. Nein. Wir haben... so ein Pech. Jetzt werden wir garantiert nicht mehr Erster. Wenn jetzt keine blaue mehr kommt. Das war auch uns hier, gell? Noch mal ne Fakebox voll dran. Damit ich ja getroffen werde. Und... Ich könnte auch was. Das tue ich aber nicht. Und hier können wir eine Play. Da tut man nicht auslassen. Das wird erst platziert. Weil er noch eine Rote hinterherbekommt. Und... Und... Ja. Hey ihr da hinten. Hilf mir mal jetzt dran. Hat sie ja schon. Einer hat mir ja schon geholfen mit der blauen. Okay. Was mir gebracht hat, hab ich da hingebrochen. Ja. Aber egal. Alles kann mal nützlich werden. Selbst die bescheuerten Stellen. Ja. Gedutscht. So schnell ist man wieder Erster. So, so. Und dann wurde ich zum Abend getroffen. Von was? War ich da täuscht? Nein mein Pilz! Jetzt kriegt er ja den Pilz. Ich muss da essen. Ich muss da essen. Zwei und zwei. Komm, fach, 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 fach! Ja! Ja! Erster, Leute! Erster! Wir haben wieder Erster nach. So, okay. Wir können tanzen meine Gäste. Aber wir werden Erster machen. Hm. Die Party geht erst nachher an. Es gibt da eigentlich gar keine Frage. Das lade ich dafür. Ein Messler. Und dann muss ich zum Abend. So, wenn sie bin ich. So, wenn sie es nicht an. Ich bin ein unden das macht, wenn sie nicht an. Ich bin ein unden das macht. Wo die hingehört sind. Bouser! Der zweite, letzte Busslandstrecke ist. Halt nicht von ihm, sondern von Bouser. Bouser hat ja dieeston gebaut. Und dann kann sie trotzdem nicht fahren. Das hat nämlich mal schlecht aufgenommen. Seinen eigenen Kopf. Oder fest so. Oder Schloss. Ja, dann darf es noch nicht fest sind. 30 Sekunden sind doch langsam rum. Hallo? Nee, knärzt doch. Ja, jetzt darf es aber auch nicht zu lang. Leute. Es wird auch eine Weile dauern. Sie werden einfach stehen. Hä? Ich glaube nicht, jetzt spinnt irgendwas. Geht doch was faul. Weißt du was, mach jetzt schon Schluss. Tschau Leute, bis gleich. Strecke. Davies Piste. Ich hoffe, das ist auch die dritte Strecke, wenn ich ihn nicht verzählt habe. Und ja, das sind nur noch die 5, ich weiß, werden immer weniger. Nicht meine Schuld? Könnt ihr nicht bei mir beschweren? Könnt ihr euch nicht bei mir beschweren? Ich meine, wir sind schnell und über 50 Sekunden. Hab ich nicht nachgeschaut. Aber ich denke schon. Wir gehen nicht voll ab. Ja, Mann. Okay. Wir haben nur eine halbe Minute für die erste Runde gekauft. 40 Sekunden wollte ich mal. Wenn ich aufrunde, 40 Sekunden. Aber egal. Ich gehe hier aus. Item. Geil. Nochmal ein Item. Noch geil. Haha. Weiter. Geht doch. Okay. So. Geht's wieder weiter. Haben uns nichts ausgeräumt. Wir sind immer noch. Erster. Passt jetzt nicht, dass das auch alles ist. Aber egal. Letzte Runde. Wenn wir nicht getroffen wären, wie schnell wären wir dann? Gewesen. Wir holen schon Rhypte raus, wie ein Bike. Sind beide ein gutes Team. Muss ich echt sagen. Guck mal hier. Normaler komme ich immer auf den zweiten Fahrbahn. Und hier ganz knapp unten. Und dann ist es meine Banane aufgeräumt. Kriegen wir noch hier eine Banane hin. Und fertig. Erster, Leute. Erster. Schon wieder Erster. Dadach gibt's Essliche Wiedern. Legen euch echt gut. Leute. Schaut euch an. Wir sind die Besten auf der Welt. Wir können ein bisschen passieren wollen. Ich bin's nicht vorbei. Ich bin's nicht vorbei. Ich bin's nicht langweilig. Auf der anderen war. Ich bin's nicht langweilig. Ich bin's nicht langweilig. Immer noch rein. Wir müssen die Rennen machen. Okay. Ich bin's nicht vorbei. Ich bin erster mit 32%. Ich prüff. Nächste 3. Und ja, bis gleich. Oh, le tohle, oh.